Hallo zusammen, jeder einzelne von euch wird diese Situation kennen. Irgendwas passiert auf dem Markt, zum Beispiel die SEC verklagt wieder irgendeinen oder die FED erhöht mal wieder die Leitzinsen oder China verbietet Krypto wieder als Ganzes und wir alle wissen, was dann passiert. Die Kurse crashen, die Kurse gehen runter. Also verkauft man noch schnell ein paar Sachen, Ether, Bitcoin oder ähnliches, weil man ja weiß, man kann später dann, wenn die Kurse unten sind, günstig nochmal einsteigen und sich die Sachen wieder kaufen für einen kleineren Preis, macht ein bisschen Plus und dann passiert dieses dämliche Black Swan Event, mit dem man einfach nicht gerechnet hat, von dem man auch nie gehört hat und aus irgendeinem Grund gehen die Kurse hoch und nicht runter und man denkt sich, hätte ich doch mal die Füße still gehalten und nicht verkauft, stattdessen meine Assets behalten, dann wäre ich jetzt im Plus und genau gegen diese blöde Situation kann man sich eigentlich wirklich super simpel absichern, indem man Optionen verwendet und ja, ich weiß, Optionen, das klingt super kompliziert, das ist was, wo man immer wieder versucht irgendwie zu kapieren, wie das geht und dann ist man irgendwann am Schluss total verwirrt, aber für diesen einen Fall, über den ich jetzt gesprochen habe, sind Optionen tatsächlich wie gemacht und wenn man ein bisschen versteht, was man da tut, dann ist es tatsächlich super einfach, sich abzusichern und Optionen einzusetzen und darum geht es mir auch in diesem Kanal, ich möchte euch ein paar Tools an die Hand geben, mit denen ihr eure Strategien erweitern könnt, anstatt die ganze Zeit immer zu versuchen, mit demselben Hammer eine Schraube in die Wand zu kriegen, stattdessen braucht ihr einfach im Werkzeugkasten auch ein paar andere Tools, wie zum Beispiel Schraubenzieher in unterschiedlichen Größen und das möchte ich euch auf den Weg geben und jetzt geht es los mit dem Thema Optionen einsetzen, um sich gegen zu früh verkaufen abzusichern. Inzwischen gibt es ja so einige DeFi-Plattformen, die sich mit Optionen beschäftigen und Lyra Finance hier ist quasi nur eine davon. Ich möchte Lyra Finance jetzt hier auch gar nicht im Speziellen irgendwie chillen, es ist einfach nur so, dass Lyra Finance jetzt für den einen Fall, über den ich jetzt hier spreche, wirklich wie gemacht ist und zwar vor allem hier im Simple-Modus, im Advanced-Modus sieht es dann ein bisschen komplizierter aus. Simple-Modus reicht aber für unseren Anwendungsfall auch. Ich kann mich also hier quasi gegen den Fall versichern, dass ich gerade eben Ether verkauft habe und dann plötzlich der Ether hochgeht und bei mir ist es eigentlich normal. Also wenn ich irgendetwas verkaufe, dann steigt sofort quasi der Preis und wenn ich etwas kaufe, dann geht der Preis auf jeden Fall direkt runter und das ist genau der Fall, für den das hier, diese Oberfläche quasi gedacht ist oder gemacht ist. Und ich kann hier quasi verschiedene Laufzeiten meiner Versicherung wählen. Bis zum 7. Juli, bis zum 14. Juli, bis zum 21. Juli sind quasi wöchentliche Ablaufdaten. Wenn ich jetzt hier das späteste nehme, dann gilt die ganze Versicherung für drei Wochen. Ansonsten nur für eine Woche und je nachdem, wie lang die Versicherung läuft, ist die natürlich irgendwie auch teurer. Und ich habe jetzt also hier quasi eine Liste mit sogenannten Optionen. Das sind meine Optionen hier, so kann man das mal sagen, aber in Wirklichkeit technisch gesehen sind es dann sogenannte Optionen. Und zwar kann ich hier quasi, hier ist einmal der Etherpreis angegeben, der aktuelle, 1920, jetzt in diesem Moment. Und jetzt kann ich mich also quasi dagegen versichern, dass der Ether nochmal steigt auf irgendeinen dieser Preise hier. Zum Beispiel kann ich mich versichern dagegen, dass der Ether auf über 1950 klettert. Und das ist das, was ich hier machen möchte. Also ich verkaufe für 1920. Und angenommen, ich lasse jetzt mal so eine kleine Lücke von 30, dann habe ich irgendwie Pech gehabt von 30 Dollar. Also meine Versicherung greift erst ab 1950. Dann kann ich das hier auswählen. Und je Ether, den ich versichern möchte, kann ich hier 63 Dollar, also muss ich 63 Dollar bezahlen. Das ist also im Grunde wie bei einer ganz normalen Versicherung, Auto oder ähnliches. Die Versicherung kostet irgendwas, das muss ich bezahlen. Pro Ether sind das hier in diesem Fall 63 Dollar. Und dann sieht man hier also, je weiter ich mich von dem aktuellen Preis wegbewege nach oben, also je mehr Lücke ich lasse in meiner Versicherung, je mehr, was weiß ich, Deckungslücke ich habe oder so, desto billiger wird die Versicherung. Also wenn ich jetzt sage, mir ist das egal, wenn der jetzt ein bisschen steigt. Ich will aber mich dagegen versichern, dass der sehr heftig steigt. Dann kann ich zum Beispiel hier auch 2200 Dollar pro Ether versichern. Und dann kostet das nur noch ein Zehner. Also echt ein Sechstel von dem, was es kostet, wenn ich quasi keine Lücke oder nur eine sehr schmale Lücke lasse. Und ich kann mich auch sogar dagegen versichern, dass der Ether nochmal fällt. Dann mache ich richtig viel Plus, wenn der Ether weiter steigt. Aber die Versicherung ist sehr, sehr teuer. Also das ist einfach, das muss man sich gut überlegen. Und wenn ich jetzt also hier quasi mich versichern möchte ab 1950 Dollar, dann klicke ich hier einfach auf das Plus, trage hier oben diese drei Ether ein, die ich gerade verkauft habe. und das sind dann sogenannte Verträge, also drei Contracts, die ich mir kaufe. Das ist ein Vertrag, das gilt für einen Ether. Ich versichere mich also dagegen, dass die drei Ether, die ich gerade verkauft habe, jetzt, dass die im Wert steigen. Trage hier also eine drei ein und dann kostet mich das Ganze 191 Dollar an Versicherungsgebühr, würde ich das Ganze nennen. Und die muss ich begleichen in USDC. Das ist total wichtig. Also ich brauche keine Ether dafür. Ich brauche Stablecoins USDC. Und wenn ich das Ganze mache, dann sieht man hier in der Kurve auch ein bisschen, was passiert, wenn. Also wenn ich hier drüber die Kurve fahre, dann sehe ich hier also, dass wenn der Ether-Preis bei 1116 liegt, dann mache ich 191 Dollar Minus. Na klar, weil meine Versicherung greift ja erst ab 1950 Dollar. Und das ist halt auch wie bei einer ganz normalen Versicherung, wenn kein Schadensfall eintritt. Die Prämie, also die Versicherungsgebühren, muss ich sowieso bezahlen. Mache also hier die ganze Zeit 191 Minus. Und irgendwann kommt dann der Moment, wo ich Plus mache. Und der liegt so bei 1900, so bei 2000 um den Dreh. Das heißt also, ich muss natürlich meine Versicherungskosten mit einrechnen. Denn es reicht gar nicht, dass der Ether hier auf 1950 klettert. Dann bin ich quasi immer noch ein bisschen im Minus, weil ich ja meine Versicherungskosten noch bezahlt habe. Wenn ich die einrechne, dann komme ich auf einen Break-Even von 2000 Dollar. Denn ich muss ja quasi den Gewinn, den Versicherungskosten entgegensetzen. Und dadurch kommt dann eben ein höherer Break-Even-Preis raus. Allerdings, wenn der Ether auf 2000 steigt, statt auf 2012, dann kostet mich die Versicherung nicht so viel. Weil ich mache ein bisschen Gewinn. Die Versicherungskosten werden abgezogen. Das heißt, der Gesamtverlust ist kleiner. Und ab 2012 würde ich dann Gewinn machen, 2012 Dollar. Und wenn ich jetzt keine Lust habe, das zu tun, also wenn mir das zu unsicher ist, dann kann ich natürlich auch einen viel niedrigeren Break-Even nehmen. Und deshalb gibt es eben auch diese niedrigeren Preise hier, die dann eben losgehen bei 1931. Und das ist ungefähr der aktuelle Kurs. Der Ether muss also um 11 Dollar steigen, damit ich auf einen Break-Even komme. Aber die Option hier, die wäre mir persönlich eben viel zu teuer. Dann würde ich ja quasi hier 700 Dollar für diese ganze Versicherung zahlen. Das ist jetzt in meinem Anwendungsbeispiel nicht spannend. Es gibt aber andere Fälle, wo das durchaus interessant ist. Nur in diesem Fall ist es einfach uninteressant. Ich würde also sowas hier absichern. Ich würde jetzt sagen, also angenommen, der Ether steigt jetzt auf über 2000. Dann bin ich im Plus, trage hier die 3 ein und dann kann ich mir hier das Ganze kaufen. Und das mache ich jetzt mal als Beispiel, um dann zu zeigen, wie man aus dieser ganzen Versicherung später wieder rauskommt. Inzwischen habe ich mir ein paar USDC hier auf Optimism rüber gebridged und kann jetzt hier also meine Option kaufen. Und dazu trage ich hier also die 3 ein, weil es geht ja jetzt um 3 Ether, die ich verkauft habe. Und dann klicke ich hier auf Buy Call. Es ist wichtig, dass man hierbei eben Call-Optionen kauft, also Buy und Call eingestellt hat. Das ist das, wo es darum geht, dass man quasi also den Verkauf absichert. Und mit Buy Call, also mit diesem Knopf hier, kann ich das Ganze dann starten. Und sobald die Transaktion dann abgeschlossen ist, dann sehe ich hier auch unter Position meine Position. Das ist hier eine sogenannte Long-Position. Also es ist quasi eine Position, die im Plus ist, wenn der Ether steigen sollte. Und das ist ja genau das, was ich will, weil ich habe ja meinen Ether verkauft und möchte mich dagegen absichern, dass der Ether dann weiter steigt. Ich sehe hier auch meinen aktuellen Profit Loss. Also ich bin gerade zurzeit in 5 Dollar im Minus. Das kann sich ja noch ändern, wenn der Ether jetzt steigt. Und wenn der Ether sinkt, dann passiert eben, dann verliere ich halt auch ein bisschen Geld. Nämlich maximal das, was ich eingezahlt habe hier. Das heißt also mehr Verlust als diese ungefähr 180 Dollar, die ich hier eingezahlt habe, kann ich mit dieser Position nicht machen. So und hier ist also quasi ein Ablaufdatum angegeben. Das ist das Ablaufdatum in drei Wochen. Und wenn ich jetzt mit dieser Position unerwartet im Plus bin zwischendurch und ich möchte jetzt hier raus, weil ich einfach weiß, bald fällt der Ether wieder, dann kann ich hier also mit Close Position die ganze Position wieder schließen, indem ich einfach alle drei Contracts verkaufe. Ich kann natürlich auch nur teilweise verkaufen. Und wenn ich das jetzt machen würde, dann wäre ich 14 Dollar im Minus. Das mache ich nicht, sondern ich möchte das Ganze hier jetzt einfach eine Weile laufen lassen. Übrigens auch hier auf der Startseite, wenn ich auf Lyra Finance gehe, dann sehe ich auch hier meine Position, die aktuell läuft. Hier steht jetzt Profit Loss 0. Klar, weil sich der Preis irgendwie ein bisschen verändert zwischendurch, während ich hier die Aufnahme mache. Und auch von hier aus kann ich also direkt meine Position schließen mit Close Position. Ich kann die sogar erhöhen. Ich kann also quasi mehr von derselben Versicherung abschließen während der Laufzeit. Warum auch immer. Ich weiß nicht, welchen Sinn das ergibt, aber möglicherweise ist das ja doch sinnvoll. Und was ist jetzt eigentlich mit dem anderen Fall? Den hatte ich ja eben genannt. Also bei mir ist das tatsächlich so, sobald ich irgendwas kaufe, dann fällt der Preis und dann denke ich, hätte ich doch länger gewartet. Und genau diesen Fall kann man ja auch versichern. Und das macht man eben dann mit sogenannten Put-Optionen, die man kauft. Das ist im Grunde der umgekehrte Fall. Und wie das funktioniert, das empfehle ich euch einfach selber mal ein bisschen rauszufinden, weil es ist eigentlich dasselbe in umgekehrt. Das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein weiteres DeFi-Tool zur Verfügung stellen für euren DeFi-Werkzeugkasten, für eure DeFi-Strategien. Wenn ihr dazu Fragen habt, schreibt die doch bitte in die Kommentare. Ich freue mich auch über alle anderen Kommentare. Einfach reinschreiben. Ich habe bisher noch jeden einzelnen Kommentar beantwortet. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen und über ein Like, wenn ihr Bock habt auf die weitere solche kurzen, knackigen Videos zu einzelnen Tools, die ihr dann quasi in euren Strategien verwenden könnt. Bis dahin erstmal alles Gute. Vielen Dank. Tschüss.